Die Geschichte vom Knecht Nikolaus von Luise Büchner So war nun also das Christkindlein da und wurde von Frau Holle und den Engelein mit der größten Zärtlichkeit gepflegt. Waren sie vorher fleißig gewesen, so wurden sie es jetzt noch viel mehr. Den ganzen Tag arbeiteten sie für das liebe Kind, das mit erstaunlicher Schnelle heranwuchs, im Frühjahr bereits sprechen und laufen konnte und als der Sommer vorbeigegangen, schon fast so groß war wie die Mägdlein drunten im Tal, wenn sie das erste Mal zum Tanz unter die Linde gehen. Die Engelein fingen Sonnen und Mondesstrahlen, haschten die Morgennebel und die feinsten Spinnwebe, die zu finden waren. Daraus fertigten sie Christkindskleider und einen langen, faltigen Schleier, den sie mit glänzenden Tautropfen bestickten. Je mehr das Christkind heranwuchs, umso schöner und lieblicher wurde sein Angesicht, umso süßer seine Stimme und umso holzseliger sein Lächeln. Als es aber nun Herbst war, dachte Frau Holle ernstlich daran, wie nun die Weihnacht nicht mehr ferne sei und dass ihr liebes Kind bald hinunter auf die Erde ziehen müsse, aber sie fürchtete sich, es so ganz allein in die kalte, dunkle Winternacht hinaus zu schicken. Außerdem sollten ja auch nur die guten Kinder belohnt und die bösen bestraft werden. Das Christkind war aber viel zu gut, um dies über sein Herz bringen zu können. Es blieb nichts anderes übrig, man musste ihm einen Gefährten suchen, der es beschützen und auch den bösen Leuten ein wenig Furcht einjagen konnte. Nachdem sich die Frau Holle dies genugsam überlegt, zog sie eines Tages wieder ihr schönes grünes Kleid an, setzte einen Kranz von Astern auf und bestieg den goldenen Wagen mit den zwei schneeweißen Kühlen. Neben ihr saß das Christkind in einem rosenroten Gewand, auf welches goldene Sterne gestickt waren. Über dem Korb trug es den feinen, langen Schleier, den eine Goldkrone festhielt. Sie fuhren den ganzen Tag herum, die Kreuz und Quere, ohne dass Frau Holle fand, was sie suchte. Endlich kamen sie gegen Abend in ein kleines grünes Tal, durch das ein lustiges Bächlein strömte, welches am Ende des Tales eine Mühle trieb. Neben dem Bächlein saß ein Mann, der hatte langes schwarzes Haar, einen schwarzen Bart und ein sehr braunes Gesicht. Vor ihm lag ein Haufen schlanker Reiser und Gärten, von denen er Besen band und er musste sehr fleißig gewesen sein, denn eine Menge fertiger Besen lag schon neben ihm. Frau Holle hielt ihren Wagen an und sagte freundlich, Guten Abend, lieber Mann. Der Mann brummte mürrisch, ohne aufzusehen. Guten Abend. Frau Holle ließ sich nicht abschrecken und fuhr fort. Wie heißt du denn, lieber Mann? Nikolaus, brummte er ebenso mürrisch als zuvor. Und ich bin auch kein Liebermann. Frau Holle lachte. Warum denn nicht? Wer hat dir denn etwas getan? Niemand, knurrte er wieder. Es sollte mir auch nur einer kommen. Nun, wer sagt denn, dass du kein lieber Mann bist? Das sagen alle bösen und unartigen Kinder, die ich durchaus nicht leiden kann, antwortete der Nikolaus und sah dabei das gute Christkindchen ganz scharf und durchdringend an. Es lächelte aber nur freundlich dagegen, denn es wusste ja, dass es sich nicht zu fürchten brauchte. Ei, lieber Nikolaus, da geht es mir gerade wie dir, antwortete Frau Holle. Und nun sage mir auch noch, wozu du bei deinen großen Besen, die vielen kleinen liegen hast? Mit denen kann man doch nicht fegen. Haha, lachte der Nikolaus. Das ist meine Erfindung. Die kleinen Besen sind Ruten für die ungezogenen Kinder. Wenn ich den Müttern meine Besen verkaufe und ich höre, dass unartiges kleines Volk im Hause ist, schenke ich ihnen eine tüchtige Rute, um die bösen Schreier damit gehörig durchzubläuen. Da haben sie dann eine gewaltige Furcht vor mir. Und wenn ein Kind nicht gleich folgen will, sagt die Mutter nur zu ihm, schweig still, sonst kommt der Besenbinder Nikolaus und bringt dir eine Rute. Ach, lieber Nikolaus, sagte Frau Holle. Wir passen ja ausgezeichnet gut füreinander. Sage mir nun auch noch, wo du herkommst. Da, sagte er und deutete auf die Berge. Da hinter dem Böllstein bin ich her. Dort steht mein Häuschen, in dem ich mich im Winter ausruhe und auf der warmen Ofenbank mein Pfeifchen aure. Verstehst du denn sonst gar nichts als Besenbinden, lieber Nikolaus? Den Nikolaus machte das viele Fragen ungeduldig. Er hatte immer fortgearbeitet und warf nun einen fertigen Besen zu den übrigen, dass es laut klatschte und das Christkindchen ganz erschrocken in die Höhe fuhr. Haha, rief er, du hast auch Respekt vor den Ruten. Stille, stille Nikolaus, sagte jetzt Frau Holle gebieterisch. Mein Kind braucht keine Ruten. Gib mir schnell Antwort auf das, was ich dich fragte. Zum ersten Mal sah jetzt der Nikolaus die Frau Holle und das Christkind ordentlich an. Da ward ihm ganz sonderbar zumute. Er stand auf, zog seine Mütze ab, kratzte sich hinter den Ohren und sagte dann, Na, ich weiß nicht, wie das kommt, aber so lange wie mit euch, habe ich noch mit niemandem im Leben gesprochen. Und ich muss euch auch auf alles Antwort geben, wenn ich auch gar nicht will. Eigentlich bin ich Lebkuchenbäcker und keiner im ganzen Odenwalde kann süßere und würzigere Lebkuchen machen als ich. Wenn ich aber nun so im Sommer mit meinen Lebkuchen zum Verkauf herumzog, an die Fenster klopfte und dann oft drinnen in den Stuben den Schmutz und Unrat haufenweise herumliegen sah, da habe ich mich ganz entsetzlich geärgert, denn nichts ist mir unausstehlicher als der Schmutz. Ich hätte längst geheiratet, wenn ich mich nicht vor dem Schmutz erfürchtete. Frau Holle strahlte vor Freude. Lieber, lieber Nikolaus, du gefällst mir außerordentlich gut, lief sie entzückt. Der Nikolaus lächelte geschmeichelt und sah Frau Holle wieder von oben bis unten an. Ihr scheint mir wirklich eine saubere Frau zu sein, fuhr er fort. Doch hört nur, da dachte ich, Besen sind den Menschen notwendiger als Lebkuchen? Denn die gute Frau Holle fegt nicht mehr bei ihnen wie früher. So verlegte ich mich denn aufs Besen und Rutenbinden, ziehe mit meinem Eselchen im Lande herum und wo eine schmutzige Wirtschaft mit unartigen Kindern ist, fahre ich hinein, dass es eine Art hat. Dabei verlernt man es freilich, ein lustiges Gesicht zu machen. Als Frau Holle das hörte, wusste sie sich vor Freude kaum zu lassen. Sie reichte dem Nikolaus ihre schneeweiße Hand, neben der seine großen, harten Finger noch einmal so dunkel aussah und rief Lieber Nikolaus, komme mit mir. Ich will dich in ein so reinliches Haus führen, dass du gewiss deine Freude daran hast. Da schüttelte er aber den Kopf und sagte, Bewahre, da wird nichts draus. Ich muss zu meinem Eselchen, das steht drunten in der Mühle am Stall. Ich muss die Nacht bei ihm schlafen. Das Eselchen nehmen wir auch mit, versetzte Frau Holle. Eile dich und hole es. Ja, wohin geht es denn? Das wirst du schon sehen. Eile dich, eile dich. Der Nikolaus musste tun, was Frau Holle sagte, mochte er wollen oder nicht. Er raffte seine Besen und Ruten zusammen, warf sie in Frau Hollens Wagen und zuletzt noch einen großen Sack, in dem es gar sonderbar rumpelte und rappelte, sodass das Christkind mit seinem feinen Stimmchen fragte, Was hast du denn da drinnen, lieber Nikolaus? Da habe ich Nüsse und Äpfel drin, die schenke ich den braven und artigen Kindern. Ei, lieber Nikolaus, so kannst du also auch gut sein, rief Christkindchen ganz erfreut. Versteht sich, kann ich das? Wer nicht ordentlich strafen kann, kann auch nicht ordentlich belohnen. Willst du jetzt einen dicken, rotbäckigen Borstdorfer Apfel? Denn du scheinst mir sehr lieb zu sein. Christkindchen dankte schön, nahm den Apfel und biss mit seinen weißen Zähnchen hinein, während der Nikolaus nach der Mühle ging, um sein Eselchen zu holen. Das wurde dann hinten an den goldenen Wagen angebunden, Nikolaus setzte sich darauf und so ging es fort, die Bollsteinerhöhe hinauf und gerade hinein in Frau Hollens hellen, goldenen Saal. Schon unterwegs merkte es endlich der Nikolaus, mit wem er es wohl zu tun habe und er hätte lieber wieder drunten am Mühlbach bei seinen Besen gesessen, aber Frau Holle redete so liebreich mit ihm, dass er nach und nach alle Furcht vergaß und ganz anständig von seinem Esel sprang, nachdem sie angekommen waren. War das eine Freude und ein Geschrei unter den Engelchen, als sie den braunen Nikolaus mit seinem Grauchen ankommen sahen. Erst fürchteten sie sich ein wenig vor ihm, dann überschütteten sie ihn mit Neckereien. Eines zupfte ihn am Bart, ein anderes warf all seine Roten und Besen ins Feuer, das dieses hell aufflockerte, und ein drittes leerte gar den Sack mit Nüssen und Äpfeln aus. Als diese nun auf dem glatten Marmorboden wie toll hin und her kollerten, warfen sie sich insgesamt darauf, um sie aufzulesen und nun hatte der arme Nikolaus wenigstens einen Augenblick Ruhe. Es war aber auch Zeit, denn er machte ein furchtbar böses Gesicht und hob die Hand mit drohender Gebärde gegen die Engelein auf. So gefiel er aber gerade der Frau Holle am besten. Lieber Nikolaus, sagte sie, du musst immer bei uns bleiben, es soll dich nicht geräuen. Wenn es jetzt Winter wird, begleitest du mein Christkindchen hinunter zu den Menschen, damit ihm unterwegs kein Unfall begegnet. Und weil es viel zu gut ist und nur mit den braven Kindern sprechen und sie beschenken will, wirst du den Unartigen eine Rute bringen und sie tüchtig ausschalten. Ist dir das recht, lieber Nikolaus? Nein, das ist mir gar nicht recht, sagte der Nikolaus mürrisch. Da kann nichts draus werden. Im Sommer ließe ich es mir noch gefallen, im Winter aber ist es mir zu kalt. Da lege ich mich lieber auf meine Ofenbank, als dass ich draußen in der Nacht herumlaufe. Wir wollen schon dafür sorgen, dass du nicht frierst, rief Frau Holle. Ich gebe dir meinen Pelzrock und meine Pelzmütze. Darin steckt man so warm wie in einem feurigen Ofen. Aber mein Grauchchen, fragte der Nikolaus weiter, das gebe ich nicht von mir. Das brauchen wir ja gerade so nötig wie dich. Auf dem Eselchen lässt du mein Christkindchen reiten, wenn es müde ist. Und außerdem hängen wir ihm zwei große Körbe an. In den einen stecken wir die roten, in den anderen die guten Sachen. Bist du so zufrieden? Der Nikolaus wollte noch immer nicht recht daran. Da kam aber das Christkindchen hervor, nahm ihn bei der Hand und sagte, Lieber Nikolaus, du bist ja doch den braven Kindern gut. Willst du mich ganz allein durch die Nacht zu ihnen gehen lassen und nicht auch sehen, wie sie sich freuen, wenn ich ihnen schöne Geschenke bringe? Wie der Nikolaus nun das Christkind so vor sich stehen sah und in seine lieben Augen blickte, konnte er nicht Nein sagen. Herz, liebes Christkindchen, rief er, So will ich denn in Gottes Namen mit dir ziehen, wenn ich auch entsetzlich frieren werde, aber man kann dir ja nichts abschlagen. Wenn ich aber nach Hause komme, müsst ihr mir immer für ein tüchtiges Feuer sorgen. Das sollst du haben, rief Christkindchen und die Engelchen tanzten und schwirrten dem Nikolaus um die Nase herum und schrien, Nikolöschen, Nikolöschen, morgen geht's zu Karl und Röschen, zu Mathilden und zu Anna, zu dem Georg und der Johanna. Wollen sie nicht artig sein, ei? So schlag nur tüchtig drein. Bis der Nikolaus ganz zornig ward, mit den Füßen stampfte und mit beiden Händen das kleine Gesindel von sich abwehrte. Da rief Frau Holle, Jetzt ist genug, treut euch fort, führt das Eselchen in den Stall zu den Kühen, gebt ihm gutes, frisches Heu und macht ihm ein ordentliches Strohbett zurecht. Danach aber bringt uns Abendessen. Die Engelein stoben auseinander und in einer Minute war alles getan, was Frau Holle befohlen. Das Eselchen stand im Stall, fraß sein Heu und rief ein vergnügtes Ia dazwischen. Für Frau Holle und Christkindchen brachten die Engelein süße, köstliche Milch und Zuckerbrot, vor den Nikolaus aber stellten sie eine große Schüssel voll Sauerkraut und Kartoffelbrei mit einer langen, langen Wurst. Das gefiel ihm sehr wohl. Er griff wacker zu und sagte Liebe Frau Holle, es ist wirklich recht schön und angenehm bei euch.